Geht's jetzt ganz schnell, berichten zufolge soll Theo Hernandez dem FC Bayern eine Wechselzusage erteilt haben. Außerdem verpflichtet auch der BVB das nächste vielversprechende Talent für die Zukunft. Und wird nach all den Absagen etwa jetzt Eric ten Haag der nächste Trainer beim FC Bayern München. Ihr kennt das Ganze, freut mich sehr, dass ihr am Start seid. Alle Infos, die ihr braucht, wie man hier kurz und kompakt, falls euch das Ganze natürlich gefällt, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abonnement. Schreibt mir selbstverständlich auch sehr gerne eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt, aber jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Und wir starten direkt rein. Es geht um Theo Hernandez. In den letzten Wochen ist es ja ziemlich ruhig um ihn geworden. Besonders im Winter gab es ganz viele Spekulationen. Wechselt er zum FC Bayern, geht Alphonso Davies, da gab es ganz viele Fragezeichen. Mittlerweile muss man sagen, auch bei Alphonso Davies ist es durchaus möglich, dass er über die Saison hinaus bei den Bayern bleibt. Real Madrid befasst sich in den letzten Wochen nicht mehr wirklich mit ihm. Sie sind mit Ferlau Monti sehr zufrieden. Nichtsdestotrotz muss man sagen, auch bei Alphonso Davies lief es in den letzten Wochen spielerisch nicht so, wie sich das beide Parteien vorgestellt haben. Mit Nusair Masraoui und Rafael Guerreiro sind auf jeden Fall zwei Spieler in den eigenen Reihen, die auch auf links spielen können. Aber trotzdem gab es immer wieder die Berichte, dass die Bayern einen neuen Linksverteidiger verpflichten wollen. Und genau da wird es jetzt tatsächlich spannend, weil wie berichtet wird, soll Theo Hernandez dem FC Bayern jetzt eine Wechselzusage erteilt haben. Trotzdem muss man ganz klar sagen, selbst wenn Theo Hernandez zum FC Bayern wechseln will, gibt es noch ganz viele Fragezeichen, die geklärt werden müssen. Einerseits natürlich, wie geht es mit Alphonso Davies weiter? Stand jetzt möchte er seinen bis 2025 laufenden Vertrag nicht verlängern. Demnach hätten die Bayern nur noch dieses Jahr die Möglichkeit, ihn für eine Ablöse zu verkaufen. Und das größte Problem liegt natürlich daran, dass der AC Mailand keinen Bedarf hat, Theo Hernandez gehen zu lassen. Giorgio Fulani hat schon angekündigt, man möchte im Sommer keine wichtigen Spieler verkaufen. Wenn man sich aber auf Mailander Seite doch dazu bereit erklären würde, Theo Hernandez zu verkaufen, dann müssten die Bayern auf jeden Fall ganz tief in die Tasche greifen. Es steht eine Ablösesumme von ca. 70 bis 80 Millionen Euro im Raum. Und das ist natürlich eine Wahnsinnssumme für Hernandez. Für den Moment scheint es auf jeden Fall so, sofern man den Berichten Glauben schenkt, dass Theo Hernandez zum FC Bayern wollen würde. Ob sich die Bayern aber dann wirklich mit Mailand über einen Transfer einigen können, das ist dann jetzt noch nicht klar. Ich frage da natürlich auch gerne mal euch, was meint ihr? Könntet ihr euch vorstellen, dass Theo Hernandez nach München wechselt? Kann er der Bayern-Mannschaft diese defensive Stabilität geben? Würdet ihr dann auch Alphonso Davies verkaufen? Oder meint ihr, Theo Hernandez beim FC Bayern, das bringt nichts und man sollte lieber mit den jetzigen Akteuren weitermachen? Und dann kommen wir auch direkt zum BVB. Die sollen jetzt unter der neuen sportlichen Führung von Lars Ricken den ersten Transferfest gemacht haben. Und zwar geht es um den 16-jährigen Mittelfeldspieler Justin Lerma. Der Name wird sicherlich einigen von euch noch nicht sagen, weil Lerma ist gerade mal 16 Jahre alt. Lerma soll, wie berichtet wird, sogar schon seinen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben haben. Die Dortmunder sollen knapp über 9 Millionen Euro für ihn bezahlen, was natürlich für einen 16-Jährigen extrem viel Geld ist. Natürlich muss man dazu sagen, der ganze Transfer würde nicht für die kommende Saison gelten. Nachdem Lerma erst gerade eben 16 Jahre alt geworden ist, dürfte dieser Transfer erst 2026 über die Bühne gehen. Stand jetzt wird er noch in Ecuador bleiben, dort weiterhin Erfahrung sammeln. Es wird auf jeden Fall schon berichtet, dass der Transfer durch ist. Es fehlt noch die offizielle Bestätigung vom BVB, deswegen noch ein bisschen abwarten. Trotzdem frage ich da natürlich auch gerne mal euch nach eurer Meinung. Findet ihr, das ist die richtige Entscheidung vom BVB, so viel Geld für einen so jungen Spieler auszugeben? Meint ihr, er kann sich langfristig zu einem Dortmunder Superstar entwickeln, wie es schon einige vor ihm getan haben? Oder meint ihr, das Geld wäre an anderen Stellen besser investiert? Und dann kommen wir auch direkt zu Eric ten Haag, weil da gab es jetzt in den letzten Stunden ganz interessante Meldungen. Er soll nämlich wieder ein ganz heißer Kandidat für die Trainerposition beim FC Bayern sein. Es soll, wie berichtet wird, sogar schon die ersten Gespräche mit dem Management von Ten Haag gegeben haben. Die Bayern sollen ihn bereits auf der Liste gehabt haben, haben sich aber dann völlig fokussiert auf Ralf Rangnick und ihn nicht mehr ganz so wirklich beachtet. Seit der Absage von Ralf Rangnick hat sich das aber auf jeden Fall geändert. Und auch das ist klar, die Kandidatenliste beim FC Bayern wird immer kleiner. Erst gestern hat auch Sinedine Zidane auf die Frage, ob er der nächste Bayern-Trainer wird, mit Nein geantwortet. Auch er war ja immer wieder ein ganz heißer Kandidat, der eventuell in Frage gekommen wäre. Und nachdem auch ein Lopetegui, der ganz heiß im Gespräch war, seine Augen auf West Ham gelegt hat, wird die Kandidatenliste einfach nicht größer. Aber auch da, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, gibt es noch einige Probleme, die die Bayern klären müssten. Einerseits hat Eric ten Haag noch Vertrag bis 2025 und möchte den eigentlich bei Manchester United auch gerne erfüllen. Nachdem aber Manchester United nicht zu 100% zufrieden mit ihm ist und sich noch nicht entschieden hat, wie es mit ihm weitergehen soll, ist es auch durchaus eine Möglichkeit, dass er im Sommer entlassen wird und dann frei verfügbar wäre. Die Bayern haben bis jetzt auch noch keine direkten Gespräche mit Eric ten Haag gestartet. Natürlich liegt der Fokus auch bei den Bayern jetzt erstmal auf das ganz wichtige Spiel gegen Real Madrid. Die Bayern sollen auf jeden Fall sehr davon überzeugt sein, dass Eric ten Haag der richtige Coach wäre. Sie sollen ihm nicht die Schuld geben für die durchwachsene Leistung von Manchester United in der Saison. Sie sehen da die Probleme eher bei Manchester United, weil auch das ist klar, Eric ten Haag hat bei Ajax Amsterdam bewiesen, was er drauf hat. Außerdem kennt er die Bayern natürlich und den ganzen Ablauf, nachdem er zwei Jahre lang Trainer der zweiten Mannschaft war. Also auch da muss man natürlich noch abwarten, wie Manchester United mit Eric ten Haag weitermachen will. Sollte sich aber die Möglichkeit ergeben, dass die Bayern Eric ten Haag im Sommer verpflichten können, dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass sie diese auch nutzen werden. Auch dazu könnt ihr mir natürlich auch sehr gern eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ist Eric ten Haag genau der richtige Trainer für die Bayern? Kann er sie wieder zu altem Erfolg führen? Kann er diesen Umbruch leiten? Oder meint ihr, er passt nicht zu den Bayern und man sollte sich lieber anderweitig umschauen? Ansonsten war es es aber auch direkt schon wieder von mir. Erstmal vielen lieben Dank natürlich, dass ihr am Start wart. Lasst mich wie gesagt sehr gern wissen, was ihr zu den ganzen Themen sagt. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wir sehen uns dann sehr gerne beim nächsten Video wieder. Ich danke euch vielmals für die ganze Unterstützung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.